Guten Tag, mein Name ist Helmut Völker und ich bin der Besitzer und Inhaber der Firma Elektro-Völker, die ich 1975 selbst gegründet habe. Ich bin heute hier, um den Thermomark-Kartdrucker der Firma Phoenix Contact zu testen. Der Phoenix Contact Drucker ist dazu gedacht, um Reihenklemmen, Labels, Kabelbeschriftungen in professionelle Qualität auszudrucken. Das Testpaket, das ich erhalten habe, bestand hauptsächlich aus dem Drucker mit Zubehör, verschiedenen Magazinen und einem kompletten Teil an Reihenklemmen und Beschriftungsteilen. Für die Inbetriebnahme des Gerätes ist die Installation einer Treibersoftware und der sogenannten Clip Project Software nötig, was jedoch relativ schnell und völlig problemlos vonstatten geht. Das vorhandene Anwendermanual, was bei dem Gerät dabei liegt, ist eigentlich nicht nötig. Ich möchte jetzt einen Test machen. Dazu nehme ich ein Magazin und eine Basisplatte mit Reihenklemmen, die ich direkt hier einlege. Mit der Clip Project Software ist das Auswählen neuer Beschriftungen sehr einfach. Man gibt den Typ der Klemmen ein. Die Klemme wird direkt angezeigt und lässt sich direkt am PC beschriften. Auch die Auflösung kann man hier auswählen. Nach der Festlegung der Beschriftung starte ich von der Software den Druckauftrag und die Labels sind sofort mit einwandfreier Qualität vorhanden. Auch sofort nach dem Druck sind die Labels wischfest und einwandfrei. Als nächstes nach den Reihenklemmen möchte ich noch etwas anderes testen. Dazu nehme ich das vorhandene Magazin heraus und lege ein neues Magazin für Labelbeschriftung ein. Für den neuen Labelausdruck eröffne ich hier an der Software ein neues Projekt. Für die Auswahl des Labels muss man hier in der Software die entsprechende Labelgröße auswählen und anklicken. Dann erscheint sofort das Bild, das man direkt beschriften kann. Ich werde jetzt, um den Test komplett zu machen, sehr große und auch extrem kleine Schriftarten auszuwählen, um zu sehen, wie die Druckqualität aussieht. Das Ergebnis ist gut. Wischfest, auch die kleine Schrift ist sehr gut zu erkennen. Diese Labels haben einen großen Vorteil. Man kann diese Labels abnehmen, aufkleben. Durch den durchsichtigen Kunststoffteil, der anschließend vorhanden ist, ist die Schrift ausreichend gegen mechanische und andere Belastungen geschützt. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass bei anderen Beschriftungen sehr schnell die Schrift sich abwischen lässt, was hier nicht der Fall ist. Mein Test von diesem Gerät war sehr gut. Die Zusammenstellung der Teile, die dabei waren, sind sehr ausführlich und komplett. Es gab alle Möglichkeiten zum Testen von Reihenklemmen über Labels und andere Beschriftungen. Auch auf der Baustelle hat sich der Thermomark Card Drucker von Phoenix Contact bestens bewährt und ich kann das Gerät nur wärmstens weiterempfehlen.